Wir sind die Slaven und Aria. Was ist die Rasse? Die allgemeine Bezeichnung für unsere Vorfahren, das heißt für weißhäutige Menschen, lautet Rasse. Der Begriff Rasse bedeutet weiß, rein, ursprünglich. Daher kommt auch der berühmte lateinische Ausdruck tabula rasa, das heißt weißes, reines, ursprüngliches Blatt. Deswegen kann es nur eine Rasse geben, weil es als weiß übersetzt wird. Es kann also keine gelbe, keine rote und erst recht keine schwarze Rasse geben. In der englischen Sprache werden die Völker Russlands als raschen bezeichnet, also als Rasse. Die Rasse lebt auf vielen Sonnensystemen dieser Galaxie. Und als unsere Ahnen vor eineinhalb Milliarden Jahren diesen Planeten besiedelten, setzte sich die Rasse aus vier Völkern zusammen. Das waren die Daaria, Chaaria, Svetarusse und Rasiene. Das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen diesen Völkern war die Farbe der Iris der Augen. Die Farbe hing von dem Lichtspektrum der Sonnen ab, wo sich die einzelnen Völker jeweils entwickelten. Die Daaria haben silberne oder graue Augenfarbe. Das waren immer die Kommandeure der Raumschiffe. Das war das Volk, welches als Krieger bezeichnet wurden. Die Chaaria, das waren die Gelehrten, die Geistlichen. Und sie hatten grüne Augen. Die Svetarusse hatten die himmlische, die reine Augenfarbe. Sie waren Handwerker und konnten materielle Güter herstellen, welche für ein vollwertiges und materiell erfülltes Leben der Rasse notwendig waren. Und die Rasiene hatten ursprünglich eine ausgeprägte braune Augenfarbe. Das heißt, das waren die Menschen, die die Wechselbeziehungen in dem Zusammenleben zwischen allen vier Völkern sichergestellt haben. In der heutigen Zeit können wir sehr oft beobachten, dass Menschen mit brauner Augenfarbe mit Vorliebe intuitiv beruflich in den Handel gehen. Denn das ist ihr Arbeitsumfeld. Damit sich die Gesellschaft vollwertig und vollumfänglich entwickeln kann, braucht die Rasse alle vier Völker. Alle vier Völker sind notwendig. Die Daaria und die Haaria, das sind die arischen Völker, also die Aria. Die Svetarusse und Rasiene, das sind die Slaven. Als unsere Ahnen auf unseren Planeten ankamen, war der Planet mit anderen Menschen noch nicht besiedelt. Es gab aber auf diesem Planeten ein eigenes Tierreich und eine eigene Pflanzenwelt. Unsere Ahnen haben sich ursprünglich dort niedergelassen, wo sich heute der elektromagnetische Nordpol befindet. Damals befand sich dort ein Kontinent, der Arktida oder Arctogea oder auch Daaria genannt wurde. Es gab für diesen Kontinent unterschiedliche Bezeichnungen. Dort herrschte ein sehr mildes Klima, es gab gute Lebensbedingungen und alle vier Völker haben sich dort niedergelassen. Später wurde nach einer Vereinbarung dieser Planet durch Menschen mit der Hautfarbe der untergehenden Sonne besiedelt. Das heißt, es sind rothäutige Völker wie die Maya, die Azteken und unsere nördlichen Völker. Ebenfalls wurde nach einer Vereinbarung den Menschen mit der Hautfarbe der aufgehenden Sonne, also den gelbhäutigen Völkern, das sind Chinesen, Japaner und andere asiatische Völker, ein eigenes Gebiet zugeteilt. Und genauso nach einer Vereinbarung wurde den Menschen mit der Hautfarbe der Finsternis ein eigenes Gebiet zugeteilt. Während die gelbhäutigen und die rothäutigen Völker im intergalaktischen Krieg unsere Verbündeten waren, so waren die schwarzhäutigen und die dunkelhäutigen Völker auf der Seite unserer Gegner. Aber weil ihr Planet in diesem Krieg zerstört wurde, haben wir ihnen aufgrund unserer seelischen Güter ein Gebiet zugeteilt, welches zu ihnen am besten passte. Denn wenn sich die schwarzhäutigen Menschen in natürlichen und ursprünglichen Umwelt- und Lebensbedingungen befinden, dann benehmen sie sich wie die Kinder der Natur. Wenn sie aus natürlichen Umwelt- und Lebensbedingungen herausgerissen werden, dann entwickeln sie immer mehr dämonische Charaktereigenschaften. Genau das haben sich unsere Feinde zu Nutzen gemacht. Sie haben ihnen eine technokratische Lebensweise aufgezwungen und haben sie somit auf ihre Seite gelockt. Und wir haben ihnen einen Teil unseres Territoriums zugeteilt. Heute haben die Menschen, die zu der Rasse gehören, die Zugehörigkeit ihrer Familienstämme zu dem einen oder anderen Volk der Rasse vergessen und haben sich untereinander vermischt. Das heißt, die Daaria haben sich mit den Haarian vermischt und die Svatarusse mit den Rasiennen. Deswegen kann man heutzutage nur sehr selten eine bestimmte ausgeprägte Augenfarbe bei einem Menschen antreffen. Im Ergebnis verlieren wir die Reinheit des jeweiligen Volkes innerhalb der Rasse. Deswegen ist es in Zukunft für die Rasse notwendig, die Reinheit aller vier Völker in ihrer ursprünglichen Art wiederherzustellen. Das liegt im Interesse aller Menschen. Das liegt im Interesse aller Menschen.